Hier die Fahrdienstleitungen. 848 bitte kommen. 848 hört. Ich habe zwei schlechte Nachrichten. Erstens fährt Railjet 848 heute mit Ersatzwagen nach Salzburg. Und zweitens fährst du nicht die eigentliche Zugfahrt, sondern stellst den Zug lediglich bereit. Dafür hast du um etwa 5 Uhr Bereitschaftsdienst und mit etwas Glück wenig zu tun. Ja gut, hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Gut, dann mach rein an den Speck. Erstmal mit der Lok vorziehen nach Gleis 248 und dann Rückplatz an die Wagen ankoppeln. Sobald du das erledigt hast, bitte bei mir melden. Gut, mach ich. Achso, hab was Wichtiges vergessen. Wenn du keine Einfahrt oder Ausfahrt signalisiert bekommst, bitte im Bordcomputer jeweils mit Tab bzw. Steuerung Tab die Fahrt anfordern. Dann mal los. Alles klar. Bord. Bord. Vielen Dank. 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 Ja, dann zieh die Wagen nun nach Wien Hauptbahnhof Gleis 8a und B und melde dich dort. Bis gleich. Ja, verstanden. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die Lok ist nun umgesetzt und am anderen Ende vom Zug. Das müsste es jetzt gewesen sein, oder? Sehr gut. Das ist dann geschafft. Der Kollege übernimmt dann den Zug und fährt hin bis Salzburg. Und du hast Bereitschaft und wartest auf weitere Aufträge. Dann bis später.